Ja, wir stehen hier gerade im Maritim-Hotel im Kongresszentrum und warten auf Britney Spears und Aaron Carter, die hier gleich die Pressekonferenz geben. See you later! Ja, ich hab hier eine sehr interessante Mappe gekriegt und guck mal, es gibt schon Aaron Carter Lollis. Soweit ist es schon. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz, zum Auftakt der Tournee von Britney Spears und natürlich auch von Aaron Carter. Jetzt kommt also unser Gast, er ist zwölf Jahre alt, 1,75 Meter groß. Begrüßen Sie mit mir, mit einem kräftigen Applaus, Aaron Carter! Hola! How are you doing? Good, I'm fine. You having a good time here in Germany? Yeah, of course, I love Aaron Carter. Roll right side? Yeah. Okay. Small league. And now I'm like to say. Yeah, I'm all right. I'm the one with Aaron. And how is it working with Britney? She's really nice, you know, she's really fine. I like her. Oh, come on, hier, Aaron Carter fans. Ihr seid Aaron Carter fans. Ganz große Aaron. Habt ihr ihn schon mal getroffen? Nein, leider. Ah, so, hier vorne, ja. Die junge Dame, ja. So, you have a favorite song in your new album? What's your favorite song? No, no, I'm kidding. Um, probably Real Good Time, because it just pretty much resembles my life, and it tells everything about, you know, kind of what I do. You know, sometimes I laugh, you know, kind of. Oh, maybe I cry, maybe I scream, maybe I sigh, maybe I feel, the feeling is real, maybe I curse, maybe I squeal. Where do you see, where do you see yourself in 10 years? In 10 years? Um, well, actually, when I'm around 17, I want to quit singing, and I want to become a marine biologist, I want to go to college for marine biology, because it's my dream, and it's what I want to do, and I've always lived by the ocean, and I've always wanted to, you know, discover things, and I've always wanted to be known as a discoverer, and a long time ago, I found, I found this fish, Michelle, and I didn't know what it was called, me, my friend, and then we just named it the go-go fish. Hallo, du bist der Sicherheitsmann. Was würdest du machen, wenn Aaron Carter auf einmal anfängt, die gesamte Bühnendekoration nach den Fans zu schmeißen? Keine Ahnung. Ich kenn den auch nicht, interessiert mich auch nicht. Um, what are you going to do after the show tonight? You go to party with Britney? You know, I should do that. I think that'd be fun. No kidding. Um, I don't know. I usually, you know, just, I like, you know, what, my favorite thing to do is travel on the bus, because, you know, it's, you're free to roam in anywhere you want, and, well, not, well, anywhere, but, uh, you're free to, you know, just do whatever, and, uh, I like having, like, my own little parties afterwards, after, you know, I do the show, if it's, like, the last show. Don't fight me to your party. My party, um, actually, my parents already grounded me, so, you know. I'm in trouble, sorry. Not allowed. Yeah, okay. Thank you very much, Aaron. Thank you very much. Our next artist is on your German tour premiere. It's the event here in Bremen to your ten concerts. All halls are sold out. Lucky, your number one, Stronger, will be released on the 14th of the 11th. But now I'm stronger than yesterday, now it's nothing but my way, my loneliness ain't killing me no more, I ain't, I'm stronger. Brittany Spears. Brittany Spears. Brittany, first of all, welcome to Bremen. Thank you. I got here this morning, and it's breathtaking here. It is so beautiful here. I was really kind of upset because the press was outside the hotel and I couldn't get out to go see, you know, the park and everything, so we went out the back way. And it was so beautiful. So I went out this morning, and it was just like, oh, we saw deer and rabbits and stuff, it was really pretty. Actually, this is probably my favorite city so far, yeah. Bremen? Yeah, I've done promotional stuff, you know, before, you know, in Cologne and stuff like that. But I'm more of a small town girl, so I'm all about nature and trees, you know, so far, I love it here. I think it's beautiful. Maybe it's my hotel, I don't know. Maybe it will be your hotel. When I get up in the morning, probably like 30 minutes, I usually spend a lot of time in the bathroom at night. I like to light candles, and I'm such a girl when it comes to taking baths at night. And I light candles, and I have a big bubble bath. Du bist gerade mit einem riesen Bus herein gefahren, du bist da am Freimarkt vorbeigefahren. Kennst du den Freimarkt? Was hältst du davon? Wenn nicht, was hältst du von Kirmissen grundsätzlich? Um, actually, I got here this morning, so I'm hearing all the news about it from all of my dancers and all of my friends, how fun the fair was, I'm kind of jealous, to be totally honest with you. But, yeah, when I was younger, I was all about going to fairs and stuff like that. But, actually, my little sister is at the fair right now. Frau Brittney, du hast ja mal einen Disney Club moderiert in Amerika. In Deutschland gibt es auch so eine Sendung, die heißt Tiger Enten Club, das ist jetzt die Tiger Ente. Und ich bin die Moderatorin und wollte dir am Arm aller Kinder alles Gute wünschen für das Konzert. Und vielleicht guckst du ja mal bei uns vorbei. Oh, thank you. I'm sorry, it's a little late in my ear. This is a very famous program in Germany. For the kids. Hallo aus Hamburg, viele Grüße von unseren Jörern Radio Energy 97.1 aus Hamburg. Wir haben eine kleine Umfrage gemacht, welche Frage dir gestellt werden soll. Und die meisten, besonders junge Mädchen, haben sich dafür entschieden, sich zu fragen, ob du tatsächlich immer noch Jungfrau bist und ob du wirklich bis zur Ehe keinen Sex haben willst. Am I a virgin? Der da hinten. Ja. Und ich bin mit der Hannover, ich hätte gerne gewusst, was du gehört in die Expo vielleicht schon mal gehört haben magst. Was machst du denn, um auf dem 2-Stunden-Plan so rumhüpfen zu können? Machst du Krafttraining, ob gehst du denn in den Fitnessraum, wie viele Stunden am Tag, wenn überhaupt? Um, yeah, I'm sometimes wrong with this thing, oh, I'll take it out. Um, yeah, I go to the gym. I try to go to the gym every morning except for the day, my day's off. So, der junge Mann, nein, die Kursen haben. Ja. Also, von mir, I'll get to the antenna. Brene, if you have a free choice to choose whatever you want to, who would you like to do a song with? Probably Michael Jackson. I just think he's a genius. He's not only an incredible songwriter, but he's an incredible performer, everything. Hallo, Frankie, stehenbleiben, wie geht's dir am Fernsehen? Mir geht's großartig, wer bist du denn? Ich bin Nina vom XTV und ich störe dich jetzt gerade gerne bei deinen Aufnahmen. Geil, du, ich bin aber gar nicht Frankie. Wer bist du denn? Ich bin Stefan. Du bist der Stefan. Ich bin der Stefan, sind wir nicht alle ein bisschen Kuna? Okay. Äh, mich würde interessieren, was sagst du, wenn ich dich nach der Show zu McDonald's einlade? What, what's the question? Oh! Sure, why not? Sure. Which question asked by a journalist amused you most so far? Probably the one about the Virgin, that's kind of funny. Könnt ihr vielleicht mal was singen von Britney Spears? Ja. Die 1, 2, 3. She's so lucky, she's a star, but she cry, cry, cries in her lonely heart. Thinking, if there's nothing missing in my life, then why do these tears come at night? Super, dankeschön. Hey, hier ist ne Pizza. Ne Pizza? Ja. Oh, lecker. Und, bist du Britney Spears Fan? Ja. Ja. Und deswegen bist du hier? Hm. Kannst du uns mal ein Lied von der singen? Nö. Oh, hier, guck mal, noch ein leckerer Britney Spears Fan, der hat dich gekleckert. Kann nicht mal richtig essen hier. Das sieht man mal. Britney, deine Fans. Ich hab' einen Fischwagen. Fischwagen? Hm? Das ist doch blieb gar nicht. Ein Fischwagen. Da hat auch noch ein Karussell, das ist so hübsch, dass man da gerne rein will. Und jetzt müsst ihr uns noch erzählen, was das Ganze mit Britney Spears und Aaron Carter zu tun hat. Hallo. Was? Um, hi Britney. Hi. I'm Nina from MixTV and I want to know, what's the craziest rumor you've heard about yourself? The craziest rumor? Um, it's the craziest rumor, but it's the most flattering rumor, probably the one about me and Prince William, that was kind of crazy, but I was like, oh, that's kind of cool though. Connie Schulze, Sat 1. Ja, aber was ist denn nun dran an dem Gerücht um Prince Williams und wie ist sein Verhältnis with Justin Timeli? We'll be a Justin, we are dating, we're going out. It's just really nice to have someone, you know, that understands what you're going through and we've known each other since we were on the Mickey Mouse Club, so I think he's like my best friend, you know. There are two persons in the music biz I would describe as your enemies, it's Eminem and Marilyn Manson. What do you think of these both persons and what do you think about Eminem's speech at the BMAs in New York after you were on stage? Actually, I don't know what he said after I was on stage. I have no idea what he said and as far as Marilyn Manson goes, I respect all kinds of music, but I personally wouldn't listen to it, so. Ja, sie ist ja sehr heilig, würde ich mal so sagen. Und ich fand's aber jetzt toll eben zu erfahren, dass sie Marilyn Manson dann ja doch respektiert, auch wenn sie niemals Musik von ihm hören würde. Muss ich auch so einen Mantel tragen, wenn ich zu MTV will und sowas? Da muss man rocken, da muss man immer rocken, rocken. Ich bin ja kein DJ. Was bist du dann? Ich bin Redakteur, so Leute gibt es auch noch. Oh. Ich bin wirklich Bierpreis. Also du siehst aber aus wie ein DJ, weil auch das ist so, das ist so ein Typ irgendwie. Bin ich? Das ist ein Typ. Ja, dann machen wir eine Sendung zusammen. Ja, wir beide. Wie ist dein Name? Nina. Nina. Und deine? Antri. Antri. Hallo, jetzt offiziell. Die Kollaboration zwischen eurer und unserer Sendung. Ja. Tja, das war's auch schon mit der Pressekonferenz. Wir hoffen, es hat euch gefallen und viel Spaß noch. Tschüss.